Willkommen bei Boca Alicona. Mein Name ist Christian Janko und ich begrüße Sie heute hier in unserer Metrology Lounge am Hauptsitz von Boca Alicona in Graz, Österreich. Ich gebe Ihnen heute einen Einblick in unser Unternehmen. Die Metrology Lounge ist das Herzstück von Boca Alicona, denn hier empfangen wir unsere Kunden. Nachdem wir die Kundenanforderungen in der Lounge-Atmosphäre verstanden haben, entwickeln und demonstrieren wir die beste messtechnische Lösung für diese Anforderungen in den einzelnen Messzellen. Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Rückführbarkeit treiben die Entwicklung unserer messtechnischen Lösungen. Dabei ist, was muss ich messen, statt wie muss ich es messen, die Schlüsselfilosophie für die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte. Aber wer ist Boca Alicona? 2001 als Universitätspin-off der Technischen Universität Graz gegründet und gestartet mit einer Idee. Die Idee, die Variation der Schärfe in mikroskopischen Daten zu nutzen, um in 3D zu messen. Aus dieser Idee heraus entwickelten wir die Fokusvariation und brachten diese Technologie zu einer international akzeptierten und bekannten Messtechnik. Auflösungen bis in den Tausendstel-Mikrometer-Bereich und die Stärke bei der Messung von steilen Flanken, komplexen Geometrien sowie Oberflächenrauheiten machen diese robuste Technologie zu einer idealen Lösung für die berührungslose, dimensionelle Messtechnik in der Präzisionsfertigung. Form und Rauheit in einem System steht für unsere Produkte. Die Stärken unserer Technologie sowie die anwendungsorientierte Benutzeroberfläche haben uns seit vielen Jahren zu einer führenden Lösung für Kantenmessungen in verschiedenen Branchen gemacht. Von Schneidwerkzeugen bis hin zu kritischen Kantengeometrien an Präzisionsteilen. Was ist, wenn besondere Schlüsselmerkmale an großen Teilen gemessen werden müssen? Mit unserem Team für kundenspezifische Lösungen bieten wir individuelle, schlüsselfertige Lösungen an, wie zum Beispiel unsere Cobot-Lösungen. Fokusvariation Hand in Hand mit kollaborativer Robotik. Für die Messung der kompletten Geometrie haben wir bereits 2007 Reel3D entwickelt. Die 360-Grad-Messung von Teilen ermöglicht das Messen von individuellen Schnitten und Dimensionen sowie Cut-Vergleiche mit hoher Präzision. Mit der nächsten Evolution der Fokusvariation, dem Vertical Focus Probing, sind wir in der Lage, vertikale Wände und die Dimension von Mikrobohrungen zu messen. So, wo die berührungslose seitliche Antasten in der Dimensionellen Messdechnik zu ermöglichen. Mit dem Launch unseres Micro-CM, dem ersten einzigen optischen 3D-Koordinaten-Messgerät auf dem Markt, haben wir einen neuen Maßstab in der Dimensionellen Messdechnik gesetzt. In Kombination mit Vertical Focus Probing und dem neuen, einfach zu bedienenden Messtechnik-Interface MADMEX, bringen wir hochpräzise Messtechnik komplexer Geometrien und Abmessungen in Einklang mit einem einfach zu bedienenden Messinstrument. Seit Dezember 2018 sind wir Teil der Brucker Corporation. Als unabhängig agierende Geschäftseinheit Brucker Alicona sind wir für die industrielle, dimensionelle Messdechnik in der Präzisionsfertigung verantwortlich. Die Brucker Alicona Familie umfasst ein globales Team von mehr als 150 Mitarbeitern. Unser spezialisiertes Vertriebs- und Applikationsteam sowie unsere zertifizierten globalen Partner sind in Ihrer Nähe. Sie freuen sich darauf, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, um gemeinsam mit Ihnen die beste Lösung für Ihre technischen Anforderungen zu finden. Verfolgen Sie unsere Podcast-Reihe und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen, Technologien und Anwendungen. Mit neuen Ideen und Perspektiven kann sowohl eine höhere Effektivität als auch eine höhere Produktivität erreicht werden. Ich freue mich darauf, Sie bald persönlich hier in der Metrology Lounge begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und verbleibe mit einem österreichischen Servus. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und requirediten.